Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lernvideo mit dem Shaper-Werkzeug arbeiten. Mit dem Shaper-Werkzeug lassen sich eine Vielzahl von Aktionen durchführen, für die Sie ansonsten mehrere unterschiedliche Werkzeuge benötigen würden. Sie können mit diesem Werkzeug beispielsweise Objekte zeichnen, skalieren, drehen, kombinieren, ausstanzen oder löschen. Dabei ist es unerheblich, mit welchem Werkzeug die betreffenden Objekte erstellt wurden. Mit dem Shaper-Werkzeug lassen sich Linien, Rechtecke, Ellipsen und Polygone erstellen. Hierzu zeichnen Sie zunächst grob die gewünschten Umrisse. Illustrator wandelt anschließend die gezeichnete Form in das Objekt um, das den betreffenden Umrissen am meisten ähnelt. Achten Sie darauf, dass die mit dem Shaper-Werkzeug gezeichneten Formen ausreichend groß sind, damit Illustrator die Umrisse richtig interpretieren kann. Die so entstandenen Objekte lassen sich anschließend problemlos auf die gewünschte Größe skalieren. Möchten Sie mit dem Shaper-Werkzeug ein Objekt markieren, klicken Sie dieses an. Um mehrere Objekte zu markieren, klicken Sie die entsprechenden Objekte nacheinander bei gedrückter Umschalten-Taste an. Objekte lassen sich mit dem Shaper-Werkzeug auf die gleiche Weise wie mit dem Auswahlwerkzeug skalieren, drehen, drehen oder verschieben. Um mit dem Shaper-Werkzeug zwei Objekte zu einem neuen Objekt zu kombinieren, zeigen Sie zunächst auf eines der sich überlappenden Objekte. Kritzeln Sie anschließend mit dem Mauszeiger über die Kontur, die sich zwischen den beiden Objekten befindet. Das neu entstandene Objekt enthält die Flächenfarbe des Bereichs, in dem Sie mit dem Kritzeln begonnen haben. Möchten Sie einen Objektbereich mit dem Shaper-Werkzeug ausstanzen, zeigen Sie auf eines der sich überlappenden Objekte und kritzeln Sie innerhalb des Bereichs, der ausgestanzt werden soll. Neben den bereits vorgeführten Möglichkeiten können Sie mit dem Shaper-Werkzeug auch Objektbereiche löschen, die sich nicht überlappen. Kritzeln Sie hierzu über den zu löschenden Bereich und über dessen äußere Kontur. Wenn Sie Objekte mit dem Shaper-Werkzeug kombiniert, ausgestanzt bzw. gelöscht haben, werden die entsprechenden Objekte in einer Shaper-Gruppe zusammengefasst. Um innerhalb einer Shaper-Gruppe die Farbe einer vorhandenen Teilfläche zu ändern, klicken Sie die Teilfläche bei aktiviertem Shaper-Werkzeug an und weisen Sie die gewünschte Farbe wie gewohnt zu. Möchten Sie ein bestimmtes Objekt innerhalb der Shaper-Gruppe transformieren, klicken Sie auf die Kontur des Objekts und transformieren dieses wie gewohnt. Möchten Sie auf die Kontur des Objekts und die Farbe-Werkzeugen. Möchten Sie auf die Kontur des Objekts und die Farbe-Werkzeugen. Untertitelung des ZDF, 2020